Karl-Heinz Geils ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Mit insgesamt 405 Einsätzen zwischen 1974 und 1989 für die Vereine Werder Bremen Arminia Bielefeld. Erste FC Köln und Hannover 96 zählte der Verteidiger Karl-Heinz Geils zu den Dauerbrennern der Fußball-Bundesliga. Titel sind ihm dabei versagt geblieben. Sein größter Erfolg war die Teilnahme am Endspiel um den UEFA Cup 1986 mit dem 1. FC Köln gegen Real Madrid. Karl-Heinz Geils bestritt 22 Länderspiele für verschiedene DFB-Auswahlmannschaften, jedoch keines für die A-Nationalmannschaft. Mitte der 1990er Jahre war Geils Trainer von Atlas Delmenhorst. In der Regionalliga-Spielzeit 1995 96. wurde er nach dem 27. Spieltag entlassen. Heute lebt er in seinem Heimatort Ritterhude, einem niedersächsischen Ort nördlich grenzend an Bremen, wo er eine Fahrschule betreibt. Seine Frau Susanne ist in demselben Ort 2006 zur Bürgermeisterin gewählt worden. Vereine Als Spieler 1974 bis 1980 Werder Bremen 1980 bis 1984 Arminia Bielefeld 1984 bis 1987 1. FC Köln 1987 bis 1990 Hannover 96. als Trainer Statistik 6 B-Länderspiele 8 Amateur-Länderspiele 6 Olympia-Länderspiele 2 U21-Länderspiele 61 Spiele 2 Tore Hannover 96 2. Bundesliga 35 Spiele 1 Tor Hannover 96 DFB-Pokal 6 Spiele für den 1. FC Köln UEFA Cup 18 Spiele 1 Tor für den 1. FC Köln Erfolge 1986 UEFA Cup Finale 1982 U21 Vize-Europameister 1978 Dritter beim UEFA Amateur Cup 1 Tor für den 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 1